Ah, ihr gute Mr. Eintracht hier. Die erste Reaktion auf das Spiel gegen das Kleeblatt. Ja, heute spät, wir haben jetzt halb zehn. Bin gerade erst nach Hause gekommen, war nur schnell einkaufen. Und, ja, bin halb im Zug gefahren. Stadion zurück, ihr wisst, 20 Uhr, ist man zu Hause. Man geht ja nicht so fort, trennt sich und dann, man macht ja noch was mit den Leuten. Dann, würde ich sagen, zum Spiel. Das war famos heute. Nein, natürlich nicht, das war Kürze. Wundert euch nicht, das Shirt habe ich jetzt an. Gerade auch nur angezogen für das Video. Ich werde jetzt das Barca-Video und die Barca-Videos jetzt auch direkt hintereinander drehen. Und ich werde es höchstwahrscheinlich dann gleich direkt wieder ausziehen. Und dann zum nächsten Video, also nächste Woche zum Brückspiel, auch wieder anziehen. Wahrscheinlich zieht es sich zwischendurch auch an und wascht es wieder. Man kennt es ja, ne? Finde ich geil. Natürlich das Shirt. Den Schal und da muss ich was ziehen. Und dann komme ich wirklich zum Spiel. Wollte ich holen. Und dann dachte ich mir, komm, meine Kollegin neben mir, lass ich sie vor, ja. Die nimmt irgendwas und in dem Moment nimmt ein anderer Kunde den letzten Schal. Daher wird es dem Barca-Schal jetzt noch nicht im Video geben. Also Frankfurt Barca spielt Habschal. Aber dann zum Rückpiel, weil ich hole mir auf jeden Fall einen. Ich könnte zwar auch bestellen, aber mir ist es so unsicher, ob der bis Donnerstag ankommt. Beziehungsweise Mittwoch muss der ankommen, weil ich von Donnerstag von der Arbeit direkt hinfahre. Hinfahre dazu aber dann mehr. Kommen wir zum Spiel. Anderthalb Minuten, 100 Sekunden jetzt gelabert. Zum Spiel. Es ist ein typisches Eintracht-Spiel gewesen. Muss ich mir sagen, ganz ehrlich, auf jeden Fall gut, Besserung an den Fürther. Aber auch du Scheiße. Ich habe sofort gesehen, dass da was passiert. Du hast sofort eine Reaktion gesehen. Hauge rutscht da irgendwie rein. Und dann, was man nur so gehört hat. Und du hast gesehen, wie alle schnell gemacht haben, die haben das gesehen. Und ich weiß nicht, wer das nicht sehen kann, schaut nicht die Wiederholung an. Das sieht so böse aus. Also zum ersten Mal sieht es schon böse aus, auch von weit weg. Aber wenn du die Wiederholung siehst. Scheiße, Alter. Ich sage nur, offener Bruch. Also ihr seht keine Fleischwunde oder so, sondern ihr seht einfach nur, wie der Fuß verdreht ist. Alter, und dann, es war auf einmal so eine Totenstille. Da, sowas habe ich selten erlebt. Holy moly. Erst habe ich mal gedacht, okay, der Schauspieler oder so. Aber dann hast du sofort gesehen, wie die Reaktion war. Und, weil die Fürther sind echt die ganze Zeit liegen geblieben. Und, ähm, ja, natürlich auch applaudiert, als er weggetragen wurde. Aber, boah, scheiße, Alter. Fürth musste natürlich in den letzten Minuten mit 10 Mann spielen. Wechselkontingenzen ausgeschöpft. Ja, und da holen sie halt, ja, irgendwie den zweiten Auswärtspunkt in dieser Saison, ne. Zuvor in Freiburg. Von uns aus einfach zu schlecht. Zu oft ein Haken, Haken, Haken und noch ein Pass und noch ein Pass und noch ein Pass. Hämmer den doch einfach drauf. Ich hatte es abgefasst. Ich habe mich so aufgeregt. Also, verlierst du quasi zwei Punkte gegen das Schlusslicht. Kein nächstes Respekt gegen Fürth. Aber, ich habe mich wirklich tierisch aufgeregt. Vor allem, weil Hoffenheim verloren hat. Bochum. Danke nochmal an die Bochumer, die alles gegeben haben. Freiburg hat eventuell verloren, ne. Wenn du da gewinnst, bist du richtig dran, weil du am nächsten Wochenende gegen die Freiburger zu Hause spielst. Drei Heimspiele innerhalb von acht Spielen. Äh, acht Tagen. Geil. Ähm, ja. Ich bin klar, wenn du jetzt gegen Freiburg am Sonntag gewinnst, ist das immer noch gut. Aber nein, man fackt das einfach ab, dass wir so scheiße gespielt haben. Und wie oft durch die Mitte. Einer ist außen. Und dann sind alle in der Mitte. Wieso läuft keiner jetzt mal schön einfach mal die Gasse entlang? Dann kann man schicken. Nein. Die sind alle immer in der Mitte geblieben. Und deswegen finde ich gut, wie Klaasner gewechselt hat. 60. Minute Patienz hier reinbringen. Weil er gemerkt hat, das klappt nicht. Und Patienz kann eigentlich gute Kopfbälle und so weiter, aber da kann man auch keine vernünftige Bälle. Also, in der ersten Halbzeit haben wir zwei, dreimal gut draufgehauen. Bam. Aber mich regt das auf, weißt du. Das wäre auch wieder so klässig gewesen. Die ersten 10, 15 Minuten spielst du gut. Und dann hat der Gegner so eine große Chance. Trap hat uns dann zum Glück ins Spiel gehalten. Aber es war einfach so einfach los. Und das verstehe ich nicht. Wir haben immer Probleme gegen tief stehende Gegner. Können wir da nicht mal eine Lösung finden? Also, heute war es wirklich dumm, weil wir nicht über die Flügel gespielt haben. Wir haben so selten über die Flügel gespielt. Und wenn es mal hängen geblieben ist. Also, es gab sehr oft die Möglichkeit. Es hat einfach nur mal ein Kamada oder ab und an. Wir sind schon mal zu öfters gemacht. Aber wenn sie schon so halb da sind. Bam. Aber die wollten immer, wenn der Ball hinten ist, dass die Leute lang spielen. Und dass man dann da nicht die Gasse läuft. Nein. Wenn der Ball schon, keine Ahnung, 30, 35 Meter vor dem kittreichen Tor ist. 30 Meter. Dann spielt die Gasse entlang. Und du hast so viele Möglichkeiten. Und die haben es ja ein paar Mal gemacht. Und dann ist es ja auch gefährlich geworden. Wieso ziehen sie sich nicht die ganze Zeit durch? Das geht nicht in meinen Schädel rein. Ja, und Winde konnte das halten, was er gehalten hat. Auch den Schuss in der zweiten Halbzeit, die er verdeckt war. Respekt, unten flach rechts. Stark reagiert. Ansonsten reden wir morgen im Detail. Dann gehen wir Step by Step durch alles durch. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir dann gegen Barcelona auf einmal wie die jungen Götter spielen. Das ist so glässig. Aber, ich sage immer wieder, die Generalprobe darf nie gelingen. Wenn da alles perfekt läuft, das weiß ich von Auftritten, Gesangsauftritte oder Theaterstücke, weiß ich selbst. Da darf nie was schief gehen. Und es ist nie was gut gehen, alles. Sondern es ist immer alles schief gegangen. Und der Auftritt war dann immer quasi perfekt. Daher abhaken, natürlich aufarbeiten. Und Barca einfach zu Hause weghauen, oder? Ich sage Arrivederci. Vielen Dank für das Einschalten. Wir hören uns morgen natürlich wieder. Bis dahin. Und ciao. Ciao. Ciao.